hallo und willkommen zurück bei wwgc noch eine neue runde dead by daylight hier mit uns dem virus und dem crazy und mir den wupps wupps allen stenten berg drin alle ton instant aufs luke stell dir mal vor es gibt es ein special feature alle spornen aus wir alle auf dem boden alle müssen nur die luke finden gibt es aber 10 luke wer krabbelt am schnellsten quasi kann sagen was denn gerade passiert ich habe eine frau gehört weiblich sie hast du mir das vorenthalten kräftig warum redest du nicht mehr mit uns die zunge gerade irgendwo drin irgendwo drin ist gut jetzt ruhig ist na wat is los leute was ist los wo hast du deine zunge wieder drinnen gehabt nirgends ja ja das hat sich anders hingehört hast du uns was verschwiegen oder wann hast du ne freundin ich hab gar nichts verschwiegen du hast es nur nicht erzählt also ist es verschwiegen ja ist auch und dazu sagt jetzt auch wir sind immer noch im lage walten ladebalken ach die map er spielt die haupte der kiel hat keine lust auf die map also match candle ja guck mal ich geh sofort raus weil er auch keinen bock hat um kommentar zu kriegen ja und wenn man äh ja dann acht und dann ok wir sind komplett rausgeflohen seht ich gerade nicht mehr disconnected aber die steht auf null da kann auch ein anzeigenfehler von dead by daylight sein man kennt es ja nicht anders das spiel hat es ja so die neue server da wartet mal die haupte drauf ja wohingenau ähm und für die leute dann außen die sich gerade dir die folge anschauen äh falls jetzt noch nicht gesehen hat aber es gibt noch wieder ein zwei neue unboxings einfach mal vorbeischauen wir haben wir haben wir haben wir haben aber ich habe noch ein bisschen material zusammen ich habe noch nicht drauf gekommen äh vom handy runter auf computer und fertig zu machen du sollst du auch nicht unboxen wie du kackst soll ich lieber machen schreiben was jeder andere deutsche auch sagt ja dann versteht man das witzend witzend und so und so und so bei uns bauern ist das so die kreis bei n Female das muss er haben ja das ist das ding da ich klipp virus an ich hau lieber was ist da Joni? Joni Hunt ja wow ist das ein Flapp ey ja lass ein Flapp doof zu laufen da hab ich ja Bock da auf Disco ne so was aber nicht so läuft wie man es gerne hätte so zeig euch jetzt mal was mal gucken ob ihr das jetzt auch könnt ne ich werde die ganze Zeit verfolgt das ist äh da oben ist kein generator da oben ist ein generator ganz in der ecke nein die sind nicht da wo ich war wollen wir wetten? nicht da wo ich war ne dann mach ich den generator halt auch egal ja ne der ist bei mir hier glaube ich ne ich hab nur rotes licht der ist bei mir nicht weglaufen weghalen wenn du tot und kaputt machen willst crazy hinter dem gelben Mann hier der rechten Seite ja das haben willst du machst kaputt ich geh zum generator er ist von mir aus gesehen rechts der generator immer rechts halt also da vorne rechts da vorne aus ach du heilige das war der echte das ist jetzt am nächsten Teil ja schau es geht kurz beruhigen da preis doch mal wieder aus ich bin schuldig dass wir das jetzt schaffen weil dieser blöde Donny da ja ich mach gerade äh generator warst du eine idiot direkt in der ersten wo bist du denn hinter kann die anderen direkt raus gehen willst du doch schon doch hier Aua ey Der eine Generator dahinten wo das Tor ist, der ist schon auf, also der ist schon fast fertig. Das Tor ist auf, dann los du! Mann, oh! Scheiße! Miros, bist du in der Nähe? Nein, ich bin erst mal weg. Aber ich glaube, der wird bei... Ich glaube, der hat meine Benchmark gesehen, der heißt verfolgt. Nerfi holen runter. Ich renne da hin. Steht immer weg. Ich weiß nicht, kommen wir. Okay. Abgehängt. Ich versuche ihn wegzulocken. Ich habe einen Generator gefunden. Oh, ich bin ja direkt wieder zu crazy. Ich bin schon im Scheiß ernst. Der mag mich, wie es auch schon. Ganz gerne. Ich weiß nicht, wie geht man hier rüber. Warte mal. Ich kriege mal los. Ich kriege mal los. Er ist bei mir. Ja, für jeden Fall crazy. Ja, für jeden Fall crazy. Ja, ich muss dich beruhigen. Nee, das ist kein... Abgehängt. Ja. Geht's euch in die Richtung. Hallo. Hallo. Hau lieber ab. Ja, du hast schon dreimal geschrien. Weg. Danke. Ja, danke. Danke. Ja. 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 Ich glaube, ich habe meinen Generator wieder zurück, oder? Jetzt wird auch mein Generator. Was ist denn das? Das ist alles hier. Noll! Komm schon weg! Oh Mann! So, jetzt sag ich mir doch den Generator. Was zack ich? Ja, dein Ernst jetzt, du, alter! Spachtel! Immer diese quietschenden Isabelle, ey! Und jetzt? Ach, da nehme ich ihn doch mal mit! Lass doch brillen, du alter Elsa! Ich fange gerade mit dem Generator an! Ich komme mal zu dir, bitte! Ja, weißt du, wo der Eingang ist? Dieser Eingang, wo du in die Unterwelt kommst? Nein, aber ich komme zu dir hoch! Nein! 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 Aua! Hier ist doch dringend der Haken! Ich habe einen guten Lager her, also! Ihr habt immer noch keinen Generator gemacht! Ich bin doch gerade dabei, Mann! Du musst aber schneller werden, ey! Wie sollen wir denn noch schneller werden, wenn der uns die ganze Zeit verfolgt? Ja, einer, einer! Er kann nur einen verfolgen, hallo! Ich werde die ganze Zeit schon vornehmen, ja! Ich bin doch crazy! Vorsicht, Vorsicht! Er ist hinter mir weggelaufen! Wir haben auch die Panette kaputt, rechts von mir! Ihr geht wieder links rum! Ihr geht jetzt rechts Richtung Nerfie! Ihr geht hinten links! Ey! Ich krieg diesen Generator nie fertig! Ich hatte den schon einmal fast fertig! Doch, Abmarsch! Ja, ist schön, dass du auch den gleichen Weg nehmen willst, ich! Ja, gerne doch! Jetzt kriege ich ihn fertig, endlich! So Leute, einen noch! Schrei! Schrei! Kurs! Kurs! Kurs, Kurs! Kurs, Kurs! 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 Rhein! Ich bin nicht! Au, ich hätte doch hier durchlaufen können! Wacht, Gellere, von der Mannschaft! Ich bin hier am Gym! Ich bin hier am Dämen! Ich bin hier wieder am Dämen, hallo! Ich bin hier am Dämen! Ja, ich bin hier am Dämen! 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 ist er noch bei dir ja ich bin wieder in die sackkasse gelaufen ich ich versuche so schnell es geht er ist wieder hier er geht das links von mir Er geht jetzt wieder zurück. Wo ist die Kanzlerin? Nein, das darfst. Dann machst du den Generatorfeld. Ich versuch mich, die Dörfling zu holen. Okay, er weiß wo du bist. Lass es, lass es. Du bist an der Palette. Lauf. Nein, legt er in der Haut mit dir schwachseln. Ja, danke. Super. Er rennt hinter dir her. Ja, ja, ja. Lauf einfach. Ziel weg. Lauf, 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 lauf. Ziel weg. Wie direkt wieder ein Haken in der Nähe ist. Der ist wieder bei mir. Ja, ich fein mich mal. Einfach mitzahlen. Kannst du mit dem Löffling ein bisschen leiser sein, ne? Wie wir sind in der Aufnahmen-Crancy, danke. Er ist immer noch bei mir. Er geht in deine Richtung. Oha, da hinten ist noch mal. Was? 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 Er kämmt er dich ab? Nein. Nein, tut er nicht. Jetzt ja. Jetzt kämmt er mich ab. Aber Murphy ist tot. Ja. Luke habe ich gehört. Ja? Nein, das ist die komische Tür. Wir hätten mehr Chance gehabt, wenn der Johnny nicht direkt abfauen wäre. Ja, das ist der Virus. Ja, machst du dich auflassen? Geht doch gar nicht, oder? Ja, kannst du dich? Nein, das ist nicht. Ach, du willst raus? Ne, mach ich's nicht. Häng dich auf. Ja. Alter! Ja, jetzt macht er... Entschuldigung für den Ausdruck. Sagt man nicht. Gleich werbung freundlich. Piep, 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 piep. Wolle mal, wolle mal, wolle mal, lache. Dann musst du über dieses Wort einfach ein Piep drüber setzen. Wie passt das? Piep. Ja, willst du die Folge nicht mehr beenden? Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Dziplin ill jetzt sicher fünf Mal jetzt vergessen. Tschüss! Mustust du. Prüfen ja im Bildaquil. Exankt sie es einfach nicht in der Schuheihausein. Herz Alternatively, dass man nun so natürlich schon ebenfalls vor нам dreams dreams Mitteilern.